Viele Menschen auf der Erde sind von der Heime weg, sie lieben jede Sünde und gönnen Böse weg. Viele Menschen auf der Erde, die erachtet glücklich sind und werden immer ärmer und ruhiger der Böse weg. Viele Menschen auf der Erde, die erachtet hungrig sind, sie finden wie eine Tasse und liegen drei Böse weg. Gehörst du zu diesen Menschen, die mich weissen gerade, gehst du doch zum Herrn Jesus, er weiss, was durchgeht. Nun, wer kann dir noch helfen, wer bringt dich zurück zu Gott, gehst du den Geboten, vielleicht, wenn es uns schon spart.